Hallo und herzlich willkommen beim Wedemark Cast. Heute ein sehr kurzer Cast und sogar ausnahmsweise mit Video. Jetzt seht ihr mich also auch mal wieder. So, es geht um Wedemark International. Was ist das? Wedemark International ist eine Facebook-Gruppe, die ich ins Leben gerufen habe und die einfach dafür ist, ist, sich eben mit anderen, sowohl einheimischen Leuten eben, als auch mit Leuten, die eben original nicht aus Deutschland kommen, auszutauschen. Zum Beispiel mit Flüchtlingen oder eben Restaurantbetreibern. Da gibt es auch so einige, die eben nicht aus Deutschland kommen und ja, vielleicht nicht so ganz gute Kontakte hier haben. Dafür ist diese Gruppe da. Momentan haben wir gerade mal 30 Leute und ich habe das Gefühl, wir können noch mehr werben. Also, nochmal von vorne. Was ist der Sinn dieser Gruppe? Der Sinn ist einfach, neue Kontakte zu knüpfen. Ich teile auch gerne einfach Infos über die Wedemark, so einfach so. Aber man kann auch einfach schreiben, ey, lass uns irgendwo treffen oder keine Ahnung, weil wir ein Bier trinken gehen etc. etc. Das Ganze könnt ihr machen auf Deutsch oder auf Englisch. Äh, von mir aus auch auf einer anderen Sprache. Ähm, normale Posts übersetzt. Äh, Facebook-Kommentare übersetzt ja, glaube ich, nur mit der Desktop-Version. Da ist es dann ein bisschen schwieriger. Aber wenn ihr einen Post schreiben wollt, könntet ihr von mir aus auch in irgendeiner Sprache eurer Wahl schreiben. Äh, Facebook kann das eigentlich übersetzen. Von daher. Aber eigentlich sind so die Sprachen Englisch und Deutsch. Genau. Also, wie findet ihr das Ganze? Äh, gebt einfach ein bei den Facebook-Gruppen Wedemark International. Und dann kommt ihr ganz, ganz schnell da drauf und könnt dann eben beitreten. Und, ja, wie gesagt, ähm, die Gruppe hat jetzt kein konkretes Ziel, sondern einfach erstmal, ähm, Leute connecten einfach. Eben sowohl WedemarkerInnen und eben auch Leute, die eben neu hier sind und sich erstmal zurechtfinden müssen. Dafür ist diese Gruppe da. Und, äh, ich hab das Gefühl, wir könnten noch größer werden. Also, wie gesagt, gebt ein, äh, Wedemark International. Ich freue mich auf euch. Bis dann.